We are all astronauts. Wir sind alle Astronauten. Welches Bild erscheint bei diesem Titel vor Ihrem inneren Auge? Woran erinnern Sie die Kugeln, die über der weissen Ebene schweben? Haben Sie sofort erkannt, was sie ursprünglich für Objekte waren? Schauen wir uns die Globen genauer an. Was erkennen Sie bei der näheren Betrachtung? Der Globus ist transparent. Aus welchem Material besteht er? Wie hat der Künstler Julien Charrière die Globen behandelt, dass sie so aussehen? Wie kam das farbige Pulver auf die weisse Fläche? Bei diesem Werk scheint vieles leicht und schwebend. Die Globen, die Platte und sogar der Globenstaub liegen lose auf. Welche Bedeutung hat das Werk für Sie? Wie deuten Sie es, dass keine Länder oder Grenzen mehr auszumachen sind auf den Globen? Die Globen sind übrigens unterschiedlich alt. Dieser Installation gab der Künstler Julien Charrière den poetischen Titel «We are all astronauts». Der Titel bezieht sich auf ein Zitat des amerikanischen Architekten und Umweltaktivisten Richard Buckminster Fuller. Vielleicht kennen Sie das volle Zitat. «We are all astronauts on a little spaceship called Earth». Wir sind alle Astronauten auf dem kleinen Raumschiff Erde. Besuchen Sie uns im Aargauer Kunsthaus und schauen Sie sich das Werk im Original an. Erfahren Sie mehr zu dieser Installation und entdecken Sie weitere faszinierende Werke des jungen Westschweizer Künstlers in der Ausstellung «Julien Charrière – Towards No Earthly Pole». siey chickpeiste Künstlers in der Ausstellung kont. Initiative au sieh» bei ier thunder ienda ber « Kamel – Desch. Krärرجel Report film. Cada Ver г «28 Programm zu caan